Ein Barcamp ist eine offene Jugendtagung, an der du kostenlos teilnehmen und dich mit deinen Ideen einbringen kannst. Das Oberthema wird von den Organisatoren festgelegt. Nach dem Start des Barcamps legen alle gemeinsam fest, über welche Themen sie sprechen möchten. Das wird Sessionplanung genannt. Die einzelnen Sessions können dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise gestaltet werden. Jede Person kann eine Session anbieten und ist damit nicht nur Teilnehmende, sondern auch Mitgestalterin. Nehmen wir mal an. Lena, Tobi und Maria besuchen ein Barcamp zum Thema Musik. Lena möchte wissen, wie sie als Sängerin erfolgreich werden kann. Sie stellt in einer Session die Frage, wie sie zu einem Vorsingen in der Musikindustrie kommt und hofft, dass Jugendliche teilnehmen, die ihr weiterhelfen können. Tobi macht selbst Musik und benutzt dafür eine Software, mit der man Songs arrangiert. Er möchte dieses Programm vorstellen und bietet deshalb einen Workshop dazu an. Maria hat ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht und berichtet von ihren Erfahrungen. Es finden oft mehrere Sessions gleichzeitig statt und du kannst frei entscheiden, an welchen du teilnimmst. Die Ergebnisse der Sessions werden dokumentiert und sind online jederzeit abgiftbar. Zusätzlich kann es einen Livestream mit weiteren Informationen und Chatfunktionen geben. Du veranstaltest, du nimmst teil und du gestaltest das Barcamp. In Berlin kannst du jetzt dein eigenes Barcamp rund um Kunst, Musik und Medien gestalten. Du suchst zum Beispiel einen Proberaum? Ein Mitglied für eine Band? Du willst ein Theaterstück inszenieren oder einen Filmblock einrichten? Bestimme zusammen mit anderen Themen, Ort und Zeit. Dabei wirst du von verschiedenen Jugendkultureinrichtungen und Medienkompetenzzentren in deinem Bezirk unterstützt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, euer Barcamp barrierearm zu gestalten, sodass auch Menschen mit Handicaps teilnehmen können. Nach dem Barcamp gibt es für euch die Möglichkeit, die Projekte, die ihr dort entdeckt habt, weiterzuentwickeln. Die Jugendkultureinrichtungen und die Medienkompetenzzentren unterstützen sich bei der Projektumsetzung und in Finanzierungsfragen. Wenn du gleich loslegen willst, melde dich für die Tutorenausbildung an. Hier kannst du erste Erfahrungen mit einem Barcamp machen. Du lernst alles, was du brauchst, um dein Barcamp zu organisieren. Weitere Informationen findest du bei Twitter, Facebook und auf unserer Homepage. Wir freuen uns auf dich, auf deine Ideen und auf die tollen Barcamps und Projekte, die entstehen werden. Mitmachen, mitgestalten, mittendrin. Bist du in Aktion? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.